Herzlich Willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße Sie hier bei meiner allgemeinen Einführung in das Programmieren. Wir sind hier bei der vierten Lektion angelangt und ich möchte dir hier anhand eines Beispiels zeigen, worauf man achten muss, wenn man einen Algorithmus formuliert. In der vorgehenden Lektion haben wir schon über den Alltagsalgorithmus gesprochen, haben hier die Kochrezepte erwähnt und haben gesagt, dass wir damit unsere Alltagsprobleme recht gut lösen können. Und wenn man sich diese Algorithmen anschaut, diese Problemlösungsmöglichkeiten, dann wird drauf kommen, dass wir im Alltag sehr ungenaue Algorithmen verwenden. Wenn ich hier zum Beispiel anschaue, bei einem Handy, sollte man, wie man eben mit einem Handy telefonieren kann, dann könnte man zum Beispiel sagen, löse ich die Tastatursperre, tippe die Telefonnummer ein und drücke dann die Anruftaste. Das ist für uns Menschen in der Regel ja ausreichend, nur, das könnte ich alles übersehen haben, ist das Telefon überhaupt eingeschaltet, das heißt, die Person, die gar nicht weiß, wie mein Handy überhaupt einschalten kann, hat, hätte ich hier schon Schwierigkeiten, dann gibt es überhaupt einen Empfang beim Handy, müsste ich vorher nicht auch ein Telefonnetz suchen, habe ich die automatische Netzsuche zum Beispiel eingeschaltet, ja, wie kann ich überhaupt die Tastatursperre lösen, ist zum Beispiel jetzt nur die Mailbox eingeschaltet, bin ich jetzt nur im Internet, aber habe zum Beispiel alle anderen Netzwerke deaktiviert, du siehst also, dass es eine Reihe von Fragen gibt, die man klären müsste, die einem auf den ersten Blick gar nicht einfallen. Wenn wir jetzt aber einen Computer programmieren wollen, müssen wir genau mitteilen, was alles berücksichtigt werden muss, damit eine Aufgabe gelöst werden kann. In diesem Zusammenhang kann man dann erkennen, dass es viel umfangreicher ist, einen Computer zu programmieren, immer so einen Algorithmus mitzuteilen, als es zwischen uns Menschen möglich ist, uns Handlungsanweisungen zu geben, und uns gegenseitig bei Problemen lösen, zu helfen. Vielen Dank. Vielen Dank.